Ja, der Ethereum-Preis ist wirklich in den letzten Wochen durch die Decke gegangen und hat am heutigen Dienstag erst ein neues 22-Monats-Hoch von 3.230 US-Dollar markiert. Trotzdem fühlt es sich noch lange nicht so an, als hätten wir das Zyklus-Top erreicht. Und jetzt kam der CEO und Gründer von Morgan Creek Capital, Mark Jusko, mit einer sehr, sehr spannenden Kursprognose um die Ecke. Denn er geht davon aus, dass der Ethereum-Kurs in diesem Jahr sogar noch auf 15.000 US-Dollar steigen kann. Wie er das begründet und was ich selbst davon halte, all das erfahrt ihr im heutigen Video. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Crypto Report YouTube-Kanal. Hier dreht sich wie immer alles rund um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Mein Name ist Philipp Henke und ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Blockchain-Investor und unterstütze den Alexander hier von Zeit zu Zeit auf dem YouTube-Kanal. Und im heutigen Video schauen wir uns gemeinsam Ethereum an und gucken mal, ob ein Preis von 15.000 US-Dollar wirklich realistisch ist für dieses Jahr. Ja, ich hatte vor ziemlich genau zwei Monaten schon mal ein Video zu Ethereum gedreht. Und damals ist der Preis gerade über dieses Makro-Level von 2.150 US-Dollar gestiegen. Und in dem Video habe ich schon darauf hingewiesen, dass sich die nächsten Wochen und Monate sehr, sehr positiv für Ethereum entwickeln werden. Einfach, weil in diesem Jahr extrem viele Events und Neuigkeiten anstehen, die den Preis von Ethereum auf jeden Fall höher treiben werden. Und seitdem ist der Preis auch um 1.000 US-Dollar gestiegen, auf aktuell 3.230 US-Dollar. Ja, trotzdem fühlt es sich einfach noch nicht so an, als wäre das schon das Ende der Fahnenstange, sondern es könnte hier wirklich noch deutlich, deutlich höher gehen. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Freundeskreis beispielsweise, mich sprechen keine Leute an und fragen, wie man jetzt Bitcoin oder Ethereum kaufen kann. Also wir sind noch sehr, sehr weit von dieser Hype-Phase entfernt, wo Retail auch wirklich aufspringt. Und das sieht man beispielsweise auch, wenn man sich die Google-Trends einfach mal ansieht. Wenn man das hier mit dem letzten Zyklus vergleicht 2021, als wir dann auch wirklich so das Hoch bei Bitcoin und Ethereum gesehen haben, da ist das Suchvolumen für Bitcoin kaufen, Ethereum kaufen wirklich durch die Decke gegangen. Und aktuell sehen wir wirklich fast gar nichts davon, was auf jeden Fall ein positives Zeichen ist, weil es eben signalisiert, okay, wir sind noch weit von dieser Mania-Phase entfernt, wenn wir das uns auf dem Wall-Street-Sheet-Sheet genauer angucken. Dann befinden wir uns sehr wahrscheinlich in dieser Phase hier, also zwischen Hope und Optimism, eventuell schon in der Belief-Phase. Aber wir sind trotzdem auf jeden Fall noch sehr, sehr weit davon entfernt, wirklich dieses Zyklus-Top zu sehen. Ja, das ruft natürlich auch wieder einige Experten auf den Plan und Analysten, die von weitaus höheren Preisen ausgehen. Diese Prognose hier fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Der Hedge-Fund-Veteran Marc Jusko geht eben von einem Preis von 15.000 US-Dollar noch in diesem Jahr aus und führt das vor allem darauf zurück, dass er davon ausgeht, dass der Bitcoin-Preis in diesem Jahr noch auf 150.000 US-Dollar steigen wird, also auf jeden Fall in einem sechsstelligen Bereich. Und der Ethereum-Kurs in der Regel immer ungefähr ein Zehntel des Bitcoin-Preises ist. Und wenn man jetzt eben von einem Preis von 150.000, wenn Bitcoin ausgeht, tja, dann kommt man eben auch auf einen Ethereum-Kurs von 15.000 US-Dollar. Vor kurzem ist die Ethereum-versus-Bitcoin-Ratio aus diesem monatelangen Abwärtstrend ausgebrochen und befindet sich damit wieder auf einem Aufwärtstrend, der die Ratio bis auf 0,08 bis 0,01 ETH versus Bitcoin bringen könnte. Ja, und dadurch, dass sich die Bitcoin-ETFs so positiv entwickeln, also gestern hatten wir wirklich wieder auch Rekordvolumen, was die Bitcoin-ETFs angeht, ist ein sechsstelliger Bitcoin-Kurs nicht unrealistisch. Und wenn zugleich auch noch der ETH-Preis versus Bitcoin ansteigt, ja, dann kommen wir auch schnell auf fünfstellige ETH-Kurse. Außerdem können wir aktuell beobachten, dass die Anzahl an ETH an Kryptobörsen immer weiter abnimmt, also in den letzten Wochen hier wirklich um 800.000, wie man das hier in der Grafik auch wirklich sehr, sehr schön sehen kann. In blau die Anzahl an ETH an den Kryptobörsen und in weiß hier der ETH-Preis. Ja, das bedeutet halt einfach, dass Leute ihre ETH von den Kryptobörsen abziehen, sie in private Wallets oder in das Staking packen und eben nicht die Absicht haben, diese auf Kryptobörsen zu verkaufen, was auf jeden Fall ein positives Signal ist. Außerdem entwickelt sich der ganze DeFi-Markt wieder sehr, sehr gut. Gerade das Eigen-Layer-Narrativ, also quasi das Restaking von ETH, ist aktuell sehr, sehr stark am Boom. Eigen-Layer konnte hier innerhalb von wenigen Wochen über acht Milliarden an Kapital anziehen und befindet sich damit jetzt schon unter den Top fünf der größten DeFi-Protokolle, sogar schon vor Uniswap. Bei Uniswap gab es auch interessante Neuigkeiten, da ist der Preis ja auch letzte Woche erst explodiert, um über 100 Prozent, weil das Team jetzt angekündigt hat, dass sie die Uni-Tokenholder endlich auch an den Gebühren beteiligen wollen. Und die sind gar nicht so unerheblich, also pro Woche belaufen sich die Gebühren auf Uniswap auf 75 Millionen US-Dollar, die eben dann auf die Uni-Tokenholder aufgeteilt werden und somit auch der Use-Case und der Nutzen des Tokens wesentlich erhöht wird. Und da wird es mit Sicherheit dann auch viele Nachahmer geben, also beispielsweise könnte SushiSwap sowas ähnliches einführen und generell wieder für einen Boom im DeFi-Markt sorgen. Und auch im NFT-Markt tut sich einiges. Also klar, wenn man sich einfach nur die Preisfloors anguckt, also quasi den niedrigsten Preis für ein NFT innerhalb der Kollektion, wenn man sich das beispielsweise mal bei den Crypto-Punks anschaut, dann steigen diese natürlich immer noch nicht so stark an und sind von dem Allzeithoch auch noch weit entfernt. Und trotzdem sieht man, dass auch die Preise sich hier wieder erholen, von im Tief 41 ETH auf mittlerweile 55 ETH. Ähnlich sieht es auch bei den anderen Blue-Chip-NFT-Kollektionen wie den Board-Apes oder auch den Pudgy Penguins aus, wobei die Pudgy Penguins tatsächlich auch ziemlich stark waren in den letzten Wochen und Monaten, weil die auch physische Produkte und Lizenzen rausbringen. Aber wichtiger sind eigentlich die sogenannten ERC-404-NFTs. Das sind quasi hybride NFTs, dass man nicht nur ein NFT bekommt, wenn man diese Kollektion kauft, sondern eben auch noch einen ERC-20-Token, den man dann ganz einfach auf Kryptobörsen und dezentralen Börsen handeln kann. Ja, das Ganze ist noch ein experimenteller Standard. Also der ist noch nicht offiziell zugelassen und wurde eigentlich auch nur von dem Pandora-Projekt ins Leben gerufen. Das sieht man hier auch ganz schön. Also das ist auch mit das größte Projekt auch von den ERC-404-Tokens mit einem täglichen Handelsvolumen von 14,4 Millionen US-Dollar. Also wirklich nicht unerheblich. Ja, danach folgen nur noch kleinere Projekte eigentlich. Also vielleicht kann man hier noch diese Defrocks erwähnen, aber der Rest ist relativ klein. Trotzdem sieht man, dass in dem Bereich einfach viel Innovation stattfindet und dadurch auch der NFT-Markt bald wieder zurückkommen könnte. Diese haben aber einen eindeutigen Einfluss auf die Transaktionen im Netzwerk, sodass auch immer mehr Gebühren im Netzwerk verbrannt werden, wie man es hier auf Ultrasound.money sich sehr schön angucken kann. Also in den letzten sieben Tagen ist allein der ETH-Supply wieder um 0,5 Prozent rückläufig gewesen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, weil ich meine, je deflationärer, desto besser für den Preis. Und das spielt halt eben auch wieder in diese Prognose mit ein, dass sich der Ethereum-Kurs in diesem Jahr weiter sehr, sehr positiv entwickeln wird. Zumal wir ja sowieso Ende Mai dann auch noch den Ethereum-Spot-ETF erwarten. Da geht der Grayscale-CEO Michael Sonnenschein sogar auch davon aus, dass wir auf jeden Fall die Zusage von der SEC sehen werden. Die Frage ist halt nur, ob wir es dann wirklich schon am 23. Mai sehen werden oder doch eventuell erst mal zu einem späteren Zeitpunkt, weil es rund um den Ethereum-Spot-ETF auch noch einige offene Fragen gibt, weil man ETH ja staken kann. Und man könnte das Ganze dann natürlich auch wieder als Security auslegen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die SEC sich da erst mal querstellt und das Ganze vielleicht doch noch mal verschiebt. Aber ja, der Grayscale-CEO geht auf jeden Fall davon aus, dass wir ihn früher oder später sehen werden. Dann habe ich noch ein schönes Zitat von Bitfenex Research gefunden, was quasi so ein bisschen darauf anspielt, wie sich dieser Zyklus entwickeln könnte, dass es eventuell sogar wirklich diesen Super-Cycle geben wird, weil wir durch die ETFs eben einfach eine ganz andere Preisdynamik bekommen werden. Wir kriegen, wie man es ja beim Bitcoin jetzt schon sehen kann, stetig neuen Kapitalzufluss. Und ich meine, große Institutionen, die sind jetzt nicht darauf aus, ihr Kapital nach drei Monaten oder nach einem Jahr wieder abzuziehen, sondern die wollen ja langfristig investieren. Und ja, Bitfenex bezieht sich da vor allem auch auf die Preisentwicklung von dem Gold-ETF 2004. Also seitdem können wir ja bei Gold auch stetig neue Kapitalzuflüsse sehen, ohne wirklich diese großen Blasenbildungen. Ja, und deswegen könnte sich dieser Zyklus tatsächlich auch anders entwickeln als die vorherigen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und spielt ebenfalls damit ein, dass wir noch weit von einem wirklichen Top bei Ethereum entfernt sind. Schauen wir uns zum Schluss mal noch den Ethereum-Chart genauer gemeinsam an und starten hier zunächst einmal auf den Wochenkerzen. Und was man hier wirklich sehr, sehr schön sehen kann, ist, seitdem wir diesen MacBook-Kursausbruch hier gesehen haben, über das Level von 2.150 US-Dollar, kennt der Kurs eigentlich nur noch eine Richtung. Und es ist ja wirklich ohne größere Probleme auch über die psychologische Widerstandsmarke bei 3.000 US-Dollar gestiegen und nähert sich allmählich auch den nächsten Widerstandsmarken an, bevor wir dann auch final das Allzeithoch von November 2021 antesten. Wir sind jetzt aktuell prozentual noch ca. 48% entfernt. Also das ist schon noch ein größerer Unterschied als bei Bitcoin. Da sind wir gerade mal noch 22% vom All-Time-High entfernt. Aber es ist meiner Meinung nach wirklich nur eine Frage der Zeit, bis wir das Allzeithoch antesten und auch übertreffen werden. In Korrelation mit der Spekulation auf den Ethereum-Spot ETF am 23. Mai. Also ich bin mir sicher, dass wir vor diesem Datum ein neues Allzeithoch bei Ethereum sehen werden. Und ich persönlich halte auch einen Ethereum-Kurs von 15.000 US-Dollar nicht für übertrieben. Ich weiß, das klingt sehr, sehr überzogen. Aber wenn man hier einfach mal rauszoomt oder sich auch mal anschaut, wie stark der Kurs auch in den letzten Zyklen schon gestiegen ist. Also da konnte sich auch niemand vorstellen, dass der Kurs hier mal ein paar Monate später um das Zehnfache von 400 auf 4.800 US-Dollar steigt. Das war im letzten Zyklus auch unvorstellbar und auch in dem Zyklus vorher schon. Und so ähnlich wird es auch dieses Mal meiner Meinung nach wieder sein. Also ich teile da tatsächlich auch die Meinung von Mark Jusko, der eben davon ausgeht, dass der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 US-Dollar steigt und demnach auch der Ethereum-Kurs auf einen fünfstelligen Betrag steigen wird. Eben weil wir diese Ethereum-Bitcoin-Ratio in der Regel immer von 10 zu 1 haben. Wenn wir uns den Ethereum-Kurs auf den Tageskerzen angucken, könnte man argumentieren, dass der Preis hier kurzfristig etwas überkauft ist. Also wenn man sich den RSI hier einfach mal anschaut, dann befinden wir uns klar im überkauften Bereich, was aber auch nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass der Kurs jetzt direkt morgen oder übermorgen korrigieren wird, weil der RSI kann sich auch sehr, sehr lange im überkauften Bereich befinden. Trotzdem ist es natürlich ein Warnsignal, sodass man jetzt nicht all-in Ethereum gehen sollte bei dem Preis. Dafür ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Das hätte man hier in dem Bereich machen sollen. Jetzt kommen wir halt eher so schon kurzfristig in so eine Gefahrenzone. Gerade wenn wir dann auch das Level von 3.300 bzw. von 3.500 US-Dollar erreichen, da werde ich dann persönlich auch Profite mitnehmen und nicht noch meine Position vergrößern. Mittel- bis langfristig sieht es natürlich trotzdem für Ethereum hier extrem positiv aus. Im Endeffekt kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie der Bitcoin performt, weil im Endeffekt folgt der Ethereum-Kurs ja immer noch weiter dem Bitcoin-Kurs. Und wenn Bitcoin jetzt hier weiter steigt, dann wird Ethereum auch weiter steigen, auch wenn es hier im überkauften Bereich ist. Also was ich mir persönlich gut vorstellen könnte, ist, dass wir hier bei Ethereum kurzfristig vielleicht korrigieren, auf das Level von 2.900 US-Dollar, dann im April, Mai vor dem Ethereum-Spot ETF dann weiter bis auf 4.000 US-Dollar bzw. bis auf ein neues Allzeithoch von ca. 5.000 US-Dollar steigen werden. Dann nach der Spekulation wird es sehr, sehr wahrscheinlich zu einer Korrektur kommen, so wie wir es auch beim Bitcoin erlebt haben und generell ja auch die Sommermonate schwächer sind. Da könnte es dann eventuell nochmal einen neuen Einstiegspunkt für Ethereum geben und dann ab August, September gehe ich davon aus, dass der Preis dann auf höhere Zielmarken steigen wird, ja, jenseits der 5.000 US-Dollar, wenn nicht sogar im fünfstelligen Bereich. Aber das ist natürlich nur meine eigene Meinung und keine Anlageberatung. Aber dann wird mich natürlich extrem eure Meinung dazu interessieren. Was glaubt ihr? Ist es wahrscheinlich, dass der Ethereum-Kurs hier in diesem Jahr noch auf einen fünfstelligen Betrag steigen wird? Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen und lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.